Hallo Leute Alpenmilch, heute spielen wir weiter Juckalady. Also, wir holen mal heute den Bossbesiegler. Ich weiß nicht, ob das sei, da haben wir doch noch alles gemäht. Ähm, was ist heute wirklich so zreckig? Oh Gott. Okay, sorry. Wollte ich nicht so, dass du mich ins Feld departest, den ihr besser mit den Knäfisch kagieren? Nee, alles ist gut gelaufen. Wäre es denn heute gut? Auf und auf. Schmeckt mir immer noch immer ziemlich alles gemäht in dieser Richtung. Mhm. Voila, ich war mir nämlich nicht so, dass ich heute will. Aber gut, dass ich eigentlich überprüft bin. Gehen wir in diese Richtung. Obwohl, ich habe doch kein Riecht ausgenommen, Röpflein, das wird so etwas. Aber, kommen wir gucken, dass ich mal das Spiel von uns wirklich erwarte. Für, dass wir schon Sachen probieren gehen. Da ist eine Page dran. Oh, ist die Leute noch undreckbar? Nee, die nicht. Okay. Oh, mich nur, sie wird da los. Sie beißt. Da ziehe ich keinen Moment. Werde schneiden müssen. Weil, da hatten wir die Brust mit besiegt, da werden wir heute kein Steam. Also, kein warm Luft, wenn wir rausgehen kommen. Und das wäre nur den Änteren Mäuer, heute runterzukommen. Dann hast du Dämon gemäht. Okay. Okay, Röms ist eigentlich ein Affär. Okay. Ich warte dann ein bisschen. Oh, ich muss hier schon klicken. Das ich riebe. Ja, das ist schon. Und je glaube, sollte das sind einschstellen. Wie schaut? Na ja. Was ist hier schon? Jessen Ich meine dann, den hast du relativ los Ich füte fast auch alles, könnte sein nur egal wer hier ist ok verbrauche ich die granate eher für das logistische lerne ich denen zu kommen wow was geht ab da ah ich finde immer wir sind ok aber egal komm lo du lässt aber zeit geil wow war das da apg ok zu richtungen ich gehe in dem blöden mich in als ich an das richtung hm du kannst mich daran haben Was ist das denn? Ich hoffe, ich muss das machen. Okay, ich werde zwei Mal machen. Ich hatte nichts, da sollte ich essen. Mir wird das doch nicht weiter schlemmen. Okay. Ah, das heute, das habe ich nie richtig verstanden. Vielleicht kann ich mir erklären, was das hier soll, weil das soll, dass ich in Richtung vorgenommen habe. Oh, da, da sitzt. Okay, krass, ich habe das Schild nie gelesen, oder war das Schild schon da? Weil ich mich so oft verlaufe. Es ist einfach, ich bin einfach immer weiter probiert. Weil am Funk aus der Bisse wie bei Ocarina of Time am Busch. Nimm einen Busch aus Zödersehen, du gehst in den Tunnel. Oh. Mir habe ich einfach nicht verstanden, wo er nach Ginglaien ging. Ja, das war's da einfach. Ich hatte wirklich, ich habe einfach probiert, aber probiert, bis das, nämlich, bis der hier. Guck mal, da. Guck mal, da. Guck mal, da. Okay, haben sie nur kommen. Ja. Das hatten wir schon beim Capital Casino. Wo wir den Laser müssten weiter reflektieren. Das ist jemand einfach unsichtbar. Und ja, voilà. Ja, geschieht für dich, dass den dort Käfig fast auch gefreut war. Oh nein, lohne ich meine ganze Stamina verbrauchen. Das sind dumm. Ich glaube, ich habe jedenfalls immer in die Richtung alles gemäht. Oh, der hat schnell einen Ausgang. Ok. Okay, da muss man lernen, ob du rana seid von dem. ja von dieser Brühe hier oder wie man das auch nennen soll. Ich weiß nicht, dass das sauer ist. Ich denke, es sei nur das Radioaktiv-Material. Da sind wir schon zu etwas. Ah, wir sind zurück. Okay. Das war die W-4. Okay, an der Weih. Da können wir hier auch zurückgehen und da können wir in die Richtung, wo wir noch nicht besichtigen. Okay. Ich will die Kamera ständig drehen mit den Resten dran. Oh, ich lese mal nicht, ich probiere. Ah, nein, ich meine, das heute weh, ich werde machen. Jawohl, das war so eine Affäre. Geht das heute denn? Ne, das geht nicht. Wo war das alles aufschießen? Ich werde das heute ran. Yay. Aber dann, wenn du sowas, ja. Ich konnte nicht resetten. Ah, ist sie gezwungen, um dieser Perspektive zu bleiben. Okay. Ich will's noch zurückgehen. Hey, hör mal, tut mir's nicht. Das war schlecht. Ha, 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 ha. Das war schlecht. Dann steh wo wir krähen, dann ist alles gut. Ähm... Voilà. Ok, ich denke, das ist die Ecke, wo wir den Glühwürmchen kriegen, ne? Oh, das ist die Affäre. Am Anfang kriegen wir frohgestalt über den Raum. Ich weiß nicht, das ist komisch. Ich weiß nicht, das ist komisch. Okay. Floating. Jetzt sind wir wenigstens von der Falsch gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr ein Endopter seid. Was? Was? Geh mal da, dann halt dein Maul. Oh, come on. Ja, hier hätte ich es heute funktionieren, wenn alles hier so rundherum schwimmt und so. Vielleicht können wir frohen zu beantworten. Aber... Und dafür soll ich den Glühwürmchen benutzen für Besnepse gesehen. Aber... Nein, nein. Definitiv kein... Kein super flotte Rätsel. Komm, gucken, was wir alles machen können. Das bringt dein Haar hin. Und du hast den Hummermengen nicht auch alles gemäht, ne? Hm... Obwohl... Was ist hier alles? Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Ah, hier war der W für Rob. Okay, in der Reihe. Ich verstehe. Ja, so hätte ich kein Rob kommen. In der Reihe. Bin ich da wirklich alles gemäht. Ja. So, Mammulier. Gehen wir hier raus. Und dann gucken wir, ist die eine Eislasche. Also die Eise Schlass. Jetzt sind eigentlich eine Schlasche. Ah, trägernde 3D-Feld. Ohhhh. War 3D-Feld. Voilà. Hier haben wir den zweiten. Aber ich muss ihn betätigen hier. Äh, mein Luft. Von dem Schrift. Denktron. Die Luft geht auf, obwohl ich hier... ... ... ... ... ... Ja, ich würde noch sehen, wo wir waren. Oh. Geht was denn jetzt raus? Ja, es geht nicht raus. Okay, das schwimmen wir einfach mal. Weißt du mal was machen, weil an dieser... Huh. Da hast du sicher immer Zeit, gell? Natürlich hast du immer Zeit. Allee, ruf! Ohlala, wie schwer! Da wenigstens war kein geschehen, als dass er in der Dopp haust, dass er seine ganze Stamina verbracht ist und sein, dass er umschgeht. Alle anrufen. Ähm, hier hast du Peiji von hier drinnen. Heisen, zerstörbar Mauren. Perfekt. Oh, ja. Ok, von aller Seite kommen Monster raus, ich mein doch den Heutem, wo nicht. Ne, KW. Ah ne, Hei ist etwas. Ups. Ein Hei. Ehh, boi. Ehh. 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 Hai, du ist ein Babbel. Als ich nicht weiter wollte. Was ist das Mutter-Babbel-Affair? Hä? Ich weiß nicht, was der Babbel-Affair aus ist. Ich weiß nicht, was ich nicht habe. Ich weiß nicht, was ich nicht habe. Weil die Heizung ist. Wie ist das denn hier noch? Wäre das vielleicht ein Trick? Ich bin nicht weg. Ja. 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 Ich weiß nicht, was die Garten ist. Ja. Ich weiß nicht Was ist denn ne Teil? Ah ne das ist einfach so ein Loch Schmink schmieds doch auf wenn ich ganz gucke wo ich Stroh sehe Ok nein nein doch es sind wo ich wollte Hugo und mich Ich wäre der Meinung heute wäre so ein Loch Ich habe den heute schon mal abgemäht Und das hängt hier zusammen mit dem riesen Turm Boah sonst gibt es noch so einzelne Sachen die wir normalerweise kennen in dieser Welt Verschiedene Pages wo ich der Meinung sind er scheinbar blöd verpasst hat In der anderen ist er viel Wo ich am Anfang von Rumpf leeren muss Ah Du hast das Spiel wo ihr seht geht Was denn Dehl? Hast du vielleicht Dornen drin? Hier ist draußen Den heutigen Teil hat man echt gar nicht gemäht und das gehört eigentlich Zu der Welt bevor sie sich expandiert Ich weiß nicht wer mich hat die Welt einfach verpasst Ah Am Anfang also das ist so Ich muss am richtigen Moment aufsprangen Dann halt den Ort bewegen Und auch gleich so durch aufpassen der Schnitt Dorauffallen Ah wirklich Ah wirklich Die Hütten haben Die sichern und Mutzen Für die heute brauche ich beraten Und dagegen den Greisen und Schneemännchen Die rundherum verhandelt sind Denen muss man auch mal Klängenbesuch erstatten Maja Das war dann den Alpenmilch Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag Und bis zum nächsten Mal Auf dem Mai-Yukalini Alle Tschau